Was bewegt die Menschen im Moment? Ganz sicher gehören Themen wie Inflation, Zinsen und Kaufkraft Und da niemand von uns die berühmte Glaskugel zu Hause hat, sprechen wir heute in Cashflow, Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr darüber, was für Sie, liebe Zuhörende, das bedeuten kann und wie Sie in Ihrem Geldleben finanziell gesund bleiben können. Dazu darf ich mit zwei Kollegen und Spezialisten sprechen, die auch mir bei manch kniffliger Fragestellung bereits unterstützend unter die Arme gegriffen haben. Herzlich Willkommen, Jürgen Hirschmann und Adolf Ernus. Hallo Martina, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir hoffen, wir haben dir und deinen Zuhörerinnen heute eine spannende Folge mitgebracht. Es wird ums Thema Wertpapiere gehen. Das Thema Wertpapiere ist spannend. Hallo Martina, danke für die Einladung. Bevor wir nun in diese Welt der Veranlagungspyramide und der Wertpapiere, wie der Jürgen schon angesprochen hat, eintauchen, bitte ich euch auch um ein paar persönliche Einblicke. Wer seid ihr? Was sind eure Hauptaufgaben in der steiermärkischen Sparkasse? Und wo findet ihr auch privat euren täglichen Ausgleich zur Arbeit? Dann darf ich anfangen. Ich arbeite seit 20 oder seit mehr als 20 Jahren für die steiermärkische Sparkasse. Rund 17 Jahre davon als Kundenbetreuer. Und die Leidenschaft für Wertpapiere, die hat mich schlussendlich jetzt in die Wertpapierabteilung geführt. Und in der Wertpapierabteilung arbeiten wir mit dem Adi im Vertriebssupport und wir arbeiten gemeinsam in einem Großraumbüro. Wir sitzen uns gegenüber und wir führen quasi sowas ähnliches wie eine Arbeitsehe. Eine unserer Hauptaufgaben in der Wertpapierabteilung ist es, Konzepte und Strategien für unsere Kundenbetreuerinnen zu entwickeln, damit die Veranlagungen unserer Kunden und Kundinnen in Zukunft Früchte tragen. Wir machen Schulungen für unsere Kundenbetreuerinnen und wir helfen immer öfter eigentlich auch dabei, komplexere Wertpapieranfragen von Kundinnen und Kunden zu beantworten. Und privat finde ich Ausgleich in einer glücklichen Beziehung und im Sport. Was machst du für Sport? Ich komme vom Triathlon. Jetzt mache ich Triathlon auch noch, aber eher in homopathischen Dosen. Also ich laufe, schwimme, fahre jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit. Ja, das tut mir gut. Auch ein persönlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit mit dem Rad zu fahren. Stimmt, ja. Arne, wie siehst du deine Rolle in dieser Arbeitsehe? Was möchtest du uns erzählen? Ja, also ich bin ja schon sehr, sehr lange in der steilmärgischen Tätig seit 1990. Ich habe schon sehr, sehr viel gesehen, erlebt, habe sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, habe alle möglichen Stationen im damals Wertpapiergeschäft, Wertpapierabteilung durchmachen dürfen, durfte auch. Das war für mich ein großer Schritt, die Börsehändlerprüfung machen für Wien und Deutschland. War sehr herausfordernd, aber auch sehr interessant. Habe auch dann einige Trainerausbildungen gemacht und so wie der Jürgen schon gesagt hat, mache ich auch viele Schulungen. Und für mich persönlich ist der Jürgen ein großer Zugewinn gewesen in der Abteilung, weil er wirklich vom Vertrieb gekommen ist und eine andere Sichtweise hat als jemand, der immer im Hintergrund tätig ist. Und also mein Partner hier, mein genialer Partner hier, also wir machen, glaube ich, einen sehr guten Job und unterstützen, auch so wie du schon gesagt hast, einige knifflige Fragen kommen immer wieder und wir versuchen halt, so gut es geht, alle möglichen Fragen zu beantworten und euch zu unterstützen. Ich bin über 50, bin verheiratet, habe zwei Jungs mit 9 und 11 Jahren, die mich auch sehr fordern. Den besten Ausgleich habe ich natürlich dann, wenn ich mit der Familie etwas unternehme oder überhaupt meine Familie zu Hause, das Motorrad fahren, altersgerechter Sport und auch die Gartenarbeit. Sehr fleißig. Was für ein Motorrad hast du? Ich habe eine ältere BMW und eine Harley. Vielen lieben Dank für eure Offenheit und für den privaten Einblick, den wir auch gewinnen durften. Ich habe zu Beginn bereits die Begriffe Inflation oder Kaufkraft strapaziert. In Episode 19 von Cashflow hat Florian Scherunig schon ein paar Einblicke in das Thema Zinsen gegeben. Aber wie hängen jetzt Inflation und Kaufkraft zusammen und welche Auswirkungen haben diese Dinge auf unsere Ersparnisse? Dann darf ich die Frage aufgreifen. Ich glaube, der Adi und auch ich, wir haben uns bemüht, die Antworten so einfach wie möglich zu machen. Deswegen möchte ich beginnen, Inflation ganz einfach zu erklären. Also Inflation in wenigen Worten bedeutet eigentlich Preissteigerung oder auch Kaufkraftverlust. Durch die Preissteigerung verliert das Geld einen Teil seines Wertes bzw. seiner Kaufkraft. Und durch die Inflation kann man sich weniger für einen Euro kaufen als vorher. Und ich habe dir dazu ein Beispiel mitgebracht. 2022 habe ich in meiner Hosentasche 4 Euro gefunden. Total glücklich über den Fund, spaziere in das nächste Eisgeschäft und gönne mir für 2 Euro eine Kugel Eis. Heidelbeereis mag ich ruhig eins am liebsten. Die restlichen 2 Euro, die lasse ich in meiner Hosentasche. Ich spare sie, um mir im nächsten Jahr darauf auch ein Eis kaufen zu können. Heuer im Sommer also gehe ich wieder zu der Eisdiele meines Vertrauens, will mir ein Eis kaufen. Das Eis, die Kugel kostet jetzt aber 2 Euro und 20 Cent. Die Inflation hat zugeschlagen und ich stehe vor dem Eisgeschäft, ohne mir ein Eis leisten zu können. Und auch beim Sparen spielt die Inflation eine Rolle. Problematisch wird es vor allem dann, wenn die Zinsen für meiner Spartes niedriger sind als die Inflation. Die Zinserträge werden dann quasi durch die Inflation aufgezehrt. Aktuell haben wir in Österreich eine Inflation von rund 7 Prozent. Und jetzt stelle ich eine Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben Sie aktuell Zinserträge in Höhe von 7 Prozent? Wenn nicht, dann verlieren Sie gerade jetzt im Moment und vor allem jährlich an Kaufkraft. Was machen wir also jetzt als nächstes Schritt, Adi? Tja, das ist die gute Frage. Also ich denke mir, das Ziel muss es sein, die Inflation langfristig zu schlagen. Denn die Kaufkraft des Geldes muss erhalten werden oder bleiben und man muss das Vermögen sicherstellen. In meinen Augen kann sowas nur mit Wehrpapieren gelingen. Also meine langjährige Erfahrung hat mir gezeigt, dass der Werterhalt oder die Steigerung des Vermögens nur mit Wehrpapieren möglich ist. Und da möchte ich auf eine sogenannte Veranlagungspyramide hinweisen. Auf die möchte ich jetzt eingehen. Wir stellen uns jetzt vor, die alten Pyramiden in Gizeh, ein breites Fundament, einige Stufen rauf und oben die Spitze. Beginnen wir mit der ersten Stufe. Das ist eigentlich der Werterhalt unseres Geldes oder die breite Masse unserer Kunden. Haben Sparbücher, haben Cash, also Geld auf dem Girokonto oder vielleicht auch im Tresor liegen. Da haben wir das Problem, dass da die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Der Ertrag ist sehr, sehr gering. Allerdings sehr sicher. Man kommt schnell zum Geld und das ist die erste Stufe dieser Pyramide. Also so wie du gesagt hast, das Fundament, die Basis für einfach das schnelle Geld, wenn ich etwas brauche für meinen täglichen Bedarf. Genau. Allerdings ist das Problem halt, dass der Ertrag oder die Zinsen relativ gering sind. Dann kommen wir zur nächsten Stufe, die Stufe 2. Da befinden wir uns im Anleihenbereich und im Anleihenfondsbereich. Da gibt es dann schon mehrere Zinsen, längere Veranlagerungen. Mit dem großen Unterschied zur Stufe 1, es handelt sich hier schon um Wehrpapiere. Und wie wir alle wissen, unterliegen Wehrpapiere Kursschwankungen, die noch relativ moderat und gering sind. Führt mich dann zur nächsten Stufe, zur Stufe 3. Das ist die ausgewogene Stufe, wo die Kundinnen und Kunden, die dort investiert sein wollen, schon etwas mehr Ertrag haben wollen. Das sind dann gemischte Fonds, wo Anleihen und Aktien drinnen sind. Immobilien, Fonds oder höher verzinste Anleihen, die schon etwas spekulativer sind. Allerdings sind hier die Kursschwankungen schon etwas höher. Bei der vierten Stufe geht es dann wirklich schon zur Sache. Da befinden sich die Aktien und Aktienfonds. Hier sind sehr, sehr hohe Erträge möglich. Allerdings muss man auch davon ausgehen, dass die Kursschwankungen sehr hoch sein können. Und damit können halt leider manches Mal Kunden und Kundinnen nicht so gut damit umgehen. Weil natürlich, wenn es nach oben geht, ist alles schön, alles blau. Natürlich, wenn man dann in den Keller kommt, ist alles düster. Und die Kunden haben dann halt natürlich Probleme damit, dass sie auch länger darin investiert bleiben. In der letzten Stufe, in der fünften Stufe, bei der Spitze oben, da befinden wir uns bei den sogenannten Hebelzertifikaten oder bei diesen Produkten, die mit sehr, sehr hohem Risiko verbunden sind, wo natürlich extrem hohe Gewinne möglich sind. Ich sage bewusst möglich. Und das sind teilweise nur Wetten. Das sind Optionsscheine, Turbo-Zertifikate, Faktor-Zertifikate. Auch ich habe mich versucht in solchen Produkten. Das kann gut gehen, muss es nicht. Der Verlust bei manchen kann in Stunden eintreten. Es ist mir passiert, dass ich um 10 Uhr Vormittag so etwas gekauft habe und um 11 Uhr durfte ich es beerdigen. That's life. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Pyramide so bildlich vorstelle, dann gibt es einfach nach oben hin Stufen, die ich erklimmen kann, die ich natürlich, umso mehr ich weiß und umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, besser erklimmen kann. Und umgekehrt, ich sehe da hinten ein paar Bäume stehen, umso höher es hinauf geht, umso mehr kann dieser Baum dann in Wirklichkeit im Wind auch schwanken. Also an der Spitze die höchsten Ausschläge. Kann man das so zusammenfassen? Genau so ist es. Und das Wichtige ist, dass man sich dann mit seinem Betreuer zusammensetzt und genau eruiert, wie sind meine Bedürfnisse, welche sind meine Bedürfnisse und zu dem werden wir dann später eh noch kommen. Jetzt arbeite ich natürlich, um mir von meinem Gehalt Geld anzusparen. Also dieses erwerbe ich sozusagen aktiv. Wie kann ich jetzt also mein Geld anhand dieser Pyramide für mich arbeiten lassen, also dieses passive Einkommen erwirtschaften? Also ich glaube, bevor man sein Geld für sich arbeiten lassen kann, sollte man sich grundsätzlich einmal ein paar Fragen stellen. Und die erste Frage müsste eigentlich sein, welchen Betrag möchte ich veranlagen? Sprich, wie liquide bin ich und welche größeren Investitionen stehen in den nächsten Jahren an? Es gibt eine Faustformel, die habe ich seinerzeit schon vor 20 Jahren gelernt. Ich glaube, sie gilt immer noch, am Sparbuch sollten rund drei Nettoeinkommen verbleiben für Unvorhersehbares. Ist das nur so? Glaube ich schon, gell? Ja. Unvorhersehbares ist zum Beispiel eine kaputte Waschmaschine oder Autoreparatur, die ich immer wieder einmal anschlagen kann. Und die nächste Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie lange kann mein bereits erspartes Geld für mich arbeiten? Welche Zeit bringe ich mit? Und Wertpapiere bieten hier eigentlich die optimale Möglichkeit. Ich kann in Wertpapieren kurz-, mittel- und auch langfristig investieren. Der Ari hat, glaube ich, auch noch. Ja, also ich sollte mir auch die Frage stellen. Ein paar Fragen. Du hast, glaube ich, auch noch ein paar Fragen. Also man sollte sich überlegen, will ich laufende Ausschüttungen haben, weil Wertpapiere im speziellen Anleihen ja regelmäßig ausschütten. Das kann jährlich sein, halbjährlich, viertjährlich, ja sogar monatlich. Oder will ich das Geld tesorieren lassen, sprich wieder veranlagen in einem Fonds, wo ich keine Gedanken machen muss oder überlegen muss, was mache ich mit den Zinsen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Million anlege oder nur ein paar Tausend. Das ist aber ein riesengroßer Unterschied. Welche Ertragsvorstellung habe ich? Natürlich, je höher, desto besser. Aber wie wir alle wissen, wachsen die Erträge nicht bis in die Bäume. Das ist etwas schwierig. Und was natürlich immer dazukommt, ist das sogenannte Risiko. Also je höher der Ertrag sein kann oder ist, desto höher wird auch das Risiko sein. Jetzt darf man aber im Umkehrschluss nicht glauben, okay, ich nehme die höchste Risikostufe, dann verdiene ich auch am meisten. Also man sollte nicht diesem Druckschluss unterliegen, weil sehr viele Leute glauben, jetzt muss ich ein hohes Risiko eingehen und somit ist mein Ertrag extrem hoch. Das kann sein, muss aber nicht sein. Und somit ist es auch wichtig, dass ich eine wirkliche Risikostreuung eingehe. Und da ist für mich wirklich das Beste, dass man sich in Fonds bewegt, dass man Fonds erwirbt, die, wo wir ja wissen, die Fondsmanager, die Veranlagungen machen und man sich selbst darüber keine Gedanken machen muss. Vor einigen Jahren haben sehr viele Menschen gedacht, der Euro wird nicht mehr lange überleben. Wir werden eine Weichwährung bekommen und sehr viele Kunden und Kundinnen sind in andere Währungen geflüchtet. US-Dollar, Schweizer Franken, Norwegenkronen, Neuseeland-Dollar. Da haben wir im Währpapierbereich natürlich den großen Vorteil, dass wir auch in alle möglichen Währungen investieren können. Da tut man sich bei einem Sparbuch oder bei einem Bausparvertrag etwas schwer. Und liebe Martina, kommen dir diese Fragen nicht bekannt vor? Da kann ich dir absolut zustimmen. Denn die Fragen nach den Erträgen, nach dem, wie man die Inflation langfristig schlagen kann, welches Risiko ich eingehen sollte und kann, das sind alles Fragen, die uns in den Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden jeden Tag bewegen. Ihr habt jetzt schon über die verschiedenen Vermögensklassen gesprochen auf dieser Anlagepyramide. Gibt es davon die eine oder andere, auf die ihr näher eingehen möchtet? Ja, das gibt es Martina. Wir haben uns natürlich ein bisschen deine Podcast-Folgen angeschaut, bevor wir herkommen sind. Und wir haben gesehen, dass es schon mal eine Podcast-Folge gegeben hat zum Thema Aktien. Und wir möchten deswegen jetzt uns die Vermögensklasse online mit dir und deinen Zuhörerinnen und Zuhörern rauspicken. Und ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil ich muss auch erklären, glaube ich, was Anleihen sind. Ich versuche das wieder sehr einfach. Also Anleihen sind Werbepäure. Wenn ich eine Anleihe kaufe oder werbe, dann borge ich einem Unternehmen oder auch einem Staat mein Geld. Und dafür erhalte ich im Gegenzug jährliche Zinszahlungen. Und am Ende der Laufzeit erhalte ich mein Geld wieder retour. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Wertpapieren ist Aktien zum Beispiel. Dass bei Anleihen genau festgelegt wird, wann die Rückzahlung erfolgt und wie hoch die Zinsen sind, die ich bekomme. Das ist quasi verbrieft in dem Wertpapier Anleihe. Bei Aktien ist das nicht der Fall. Die Frage, die du und die sich jetzt wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer stellen werden, ist, warum ist die Vermögensklasse Anleihen gerade jetzt wieder interessant? Die letzten zehn Jahre hatten wir nämlich ein sehr niedriges Zinsumfeld. Und man hat am Sparbuch, aber auch am Anleihenmarkt wenig bis keine Zinsen bekommen. Anleihen sind eigentlich fast in Vergessenheit geraten. Jetzt gibt es wieder Zinsen und die Anlageklasse Anleihen ist wieder interessant geworden. Und wenn ich jetzt Anleihen kaufe, dann sichere ich mir eine gute Verzinsung über die nächsten Jahre. Denn diese Zinszahlungen sind fix und garantiert. Anders als am Sparbuch, wo ich jetzt zwar auch wieder Zinsen bekomme, aber die Zinsen können jederzeit wieder gesenkt werden. Und wie bei jedem Wertpapier gibt es auch bei Anleihen Risiken. Die muss ich auch kurz erwähnen, damit Compliance und Recht mir diese Folge absegnen bei dir, Martina. Das wichtigste Risiko bei Anleihen ist, ich muss darauf achten, wem ich mein Geld borge. Staaten oder Unternehmen, denen es wirtschaftlich gut geht, also eine gute Bonität haben, die werden wir mein Geld mit höchster Wahrscheinlichkeit sicher zurückbezahlen. Borge ich mein Geld jetzt aber einem Staat oder einem Unternehmen, das wirtschaftlich nicht gut dasteht, also eine schlechte Bonität haben, dann kann es sein, dass ich mein Geld nicht zurückerhalte, weil das Unternehmen oder der Staat zahlungsunfähig wird. Adi, möchtest du was ergänzen dazu? Ja, also ich, nachdem wir die Aktien schon einmal gehört haben in einem anderen Podcast, habe ich mir überlegt, welche verschiedenen Typen der Veranlagungsstrategien gibt es, beziehungsweise welche Typen von Menschen gibt es, wie sie investieren, vor allem in Aktien. Und da habe ich mir persönlich drei überlegt, nachdem sich Aktien auf der relativ hohen Stufe, in der Stufe 2, also in der vierten Stufe eigentlich von oben, befinden und sehr risikoreich sind und man sich genau überlegen sollte, wie man investiert, gibt es für mich drei Typen. Der erste Typus unter dem Motto langsam und stetig mit Dividenden den Berg erklimmern, um es bildlich zu sehen. Diese Art von Investoren investieren in Aktien, die sehr ruhig sich bewegen am Markt, die keine großen Kursschwankungen machen, die eine sehr hohe Dividende, also Gewinnausschüttung bieten. Diese Investoren sind oft Jahrzehnte in den gleichen Aktien investiert, fahren durch jedes Gewässer, ob das jetzt eine raue See ist oder nur ein See selber ist und kommen durch alle möglichen Börsencrashes, die es in den letzten Jahrzehnten ja auch gegeben hat. Die hören auch nicht auf irgendwelche Tipps oder heiße Tipps, die es auch immer wieder gibt, sondern die schauen sich die Firmen, die AGs im Hintergrund genau an, schauen auf die Bilanzkennzahlen, eine sogenannte Fundamentalanalyse und entscheiden dann, welche Aktien sie kaufen. Das ist der erste Typ. Der zweite Typus nach dem Motto Wachstum ist alles steil bergauf, aber auch in Stalter drinnen. Also das sind Investoren, die sind immer am Puls der Zeit. Die hören sogar, dass Gras wachsen. Die müssen überall und bei jedem neuen Trend aufspringen. Da ist die Dividende nicht so wichtig. Da ist es eher wichtig, dass es eine relativ schnelle Kurssteigerung in relativ kurzer Zeit gibt. Das ist natürlich ein Wunschdenken. Es passiert auch. Das kommt immer wieder vor. Es gibt große Big Player an den Aktienmärkten, die in den letzten Jahren wirklich fumlinant gestiegen sind. Jetzt sogar auch Dividenden zahlen. Früher nicht, weil sie ja gewachsen sind. Allerdings ist es etwas mühsam, weil dort die Kursschwankungen sehr hoch sind. Und man muss da immer aufpassen, verkaufe ich, verkaufe ich nicht, rein, raus. Also das kann etwas mühsam werden. Und der dritte Typus, unter dem Motto, die Aktie des Jahrhunderts, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Das sind die sogenannten heißen Tipps. Also da gibt es leider im Internet einige Medien oder Plattformen, wo solche Aktien beworben werden. Ob das jetzt Silberminen sind oder irgendein Biotechnologieunternehmen, eine Bohrinsel irgendwo auf irgendeinem Meer. Und wenn man diese Aktie nicht hat, dann ist man des Lebens nicht mehr froh. Leider handelt es sich dabei aber oft um Betrug. Diese Firmen gibt es gar nicht, sondern es werden bewusst falsche Informationen gestreut. Und die Investoren können innerhalb von kürzester Zeit wirklich große Kursgewinne machen. Aber allerdings zerplatzt diese Seifenblase oft. Und die Aktien haben dann keinen Kurs mehr. Wer vom Kurs ausgesetzt, weil die Regulatorik sagt, das ist Betrug. Wir müssen mal schauen. Und sehr oft hat man dann wertlose Werberbeere auf dem Tippepo. Und das ist sehr, sehr ungut. Und da ist es halt vielleicht wichtig, dass der Kunde dann zum Betreuer oder zur Betreuerin geht, mal nachfragt, kennt man dieses Produkt, kennt man diese Aktie. Dann ruft man oft bei uns in der Abteilung an. Wir schauen dann bei unseren Medien nach und können dann zumindest einmal abschätzen, ob es diese Firma überhaupt gibt oder nicht. Und wir machen halt leider oft die Erfahrung, dass in über 90 Prozent der Fällen es sich dabei um Betrug handelt. Das heißt, du empfiehlst unseren Zuhörenden heute auch ganz bewusst Informationen einzuholen, von verschiedenen Seiten sich selbstbewusst zu werden. Bin ich eher der Marathonläufer und setze ich auf den langfristigen Ertrag, der stetig ist? Oder bin ich der Sprinter, der dann auch einmal wirklich mit einer Verletzung vielleicht kurz passieren muss? Ja, also ich würde einmal so sagen, die ersten zwei, die du jetzt skizziert hast, ein Sprinter ist ja nichts Schlechtes. Aber jemand, der nur auf Sachen hört oder setzt, die kein Mensch kennt und vielleicht irgendein Dopingmittel nimmt, das verboten ist, da verwarne ich. Und ich habe das selber am eigenen Leib miterlebt, wo ich mich zu wenig informiert habe und dann draufgekommen bin, dass es diese Firma gar nicht gibt. Dankeschön für diese vielen Einblicke. Ihr habt uns viele Dinge über Risikostreuung und über Laufzeiten erzählt. Ihr habt uns auch schon ein bisschen Einblicke gegeben, wie ihr selbst veranlagt habt, beziehungsweise Adi, was du so alles schon ausprobiert hast. Zum Abschluss, welche Top 3 Tipps möchtet ihr unseren Zuhörenden heute noch mitgeben? Ja, dann werde ich mal beginnen. Ich glaube, der erste Tipp von Adi und mir lautet, das ist jetzt eher erläutert worden, kaufen Sie wirklich nur Wertpapiere, die Sie auch verstehen. Wir empfehlen einfach, auf die Kenntnisse und Erfahrungen unserer Betreuer zu vertrauen und ein Veranlagungsgespräch zu vereinbaren. Ja, also nachdem ich ja schon das eine oder andere Mal hingewiesen habe auf das eher Langsame, Stetige und Kontinuierliche nach oben, das Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Manche Anleger machen den Fehler, dass sie bei jeder noch so kleinen Reaktion an der Börse selber eine Reaktion setzen und verkaufen. Das hat zur Folge, dass man kauft, verkauft, kauft, verkauft. Die Späßen sind allerdings vorhanden und minimieren den Ertrag. Also es gibt auch ein Sprichwort, das heißt hin und her macht Taschen leer. Also dieses Brokersyndrom, das sollte man sich ersparen. Da ist es am besten, wenn man sich wirklich mit dem Betreuer hinsetzt, die Bedürfnisse eruiert und eine, in meinen Augen, Fondsveranlagung macht auf viele Jahre, Jahrzehnte, dass zum Beispiel für Kunden, für Eltern, so wie in meinem Fall, meine Kinder haben auch Wertpapiere. Die haben von den Großeltern ein Sparbuch bekommen, von meiner Frau einen Bausparvertrag und von mir haben sie Aktien erhalten und Aktiensparpläne. Und die lasse ich jetzt mal 20 Jahre laufen oder 18 Jahre und dann schauen wir. Und ich bin mir sicher, dass das ein gutes Investment ist. Und der dritte und letzte Tipp von Adi und mir ist wahrscheinlich der wichtigste. Viele Anlegerinnen warten vergeblich meistens auf den besten Zeitpunkt, um Wertpapiere zu kaufen. Und das hat oft zur Folge, dass eigentlich oft gar kein Investment stattfindet und gute Chancen und Möglichkeiten eigentlich verpasst werden. Erfahrene Investoren wissen, dass der Kaufzeitpunkt auf lange Sicht eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig ist nicht, wann man investiert, sondern dass man überhaupt investiert. Und der richtige Zeitpunkt, um zu investieren, ist immer. Und am besten funktioniert das mit einem Wertpapieransparplan zum Beispiel, wo sie monatlich schon mit kleinen Beträgen in Wertpapiere ansparen können. Ja, jetzt ist mir noch etwas eingefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nachdem ich ja da schon so lange dabei bin, eines ist klar, Wertpapiere müssen auch Spaß machen. Und man muss mit diesem Virus infiziert sein, weil sonst ist es eigentlich nicht so sexy, wie es sich anhört. Also wir sehen, es ist wieder wie in einer Arbeitsehe. Einer muss immer das letzte Wort haben. Danke. Dankeschön für diese Tipps. Liebe Zuhörende, haben Adi Hernus und Jürgen Hirschmann Sie heute neugierig gemacht, mehr über das Thema Veranlagung und Wertpapiere zu erfahren? Hören Sie rein in einige unserer Episoden von Cashflow-Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr. Welche Fragen sind zu Ihrer eigenen finanziellen Gesundheit aufgetaucht? Sprechen Sie mit den BeraterInnen der Steiermarkischen Sparkasse und bauen Sie sich Ihre eigene Anlagepyramide auf, so wie wir es Ihnen auch heute erzählt haben. Dankeschön an meine beiden wunderbaren Gäste heute. Adi, Jürgen, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr uns so viele Einblicke auch gegeben habt. Und Ihnen, liebe Zuhörende, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald bei einer neuen, spannenden Episode mit einem neuen Thema oder auf einen Sprung mit wichtigen Begriffen aus der Finanzwelt. Bis bald, bis bald, bis bald, bis bald, bis bald.